hallo hallo liebe freunde und damit willkommen zu einer neuen kinder stunde season 3 mit dem paddy ach gott mit dem paddy und der trissi die da unten gerade irgendwas baut was ich nicht erkenne was soll das sein heute machen wir eine vorlesung nein heute ist die kinderstunde von uns ja heute geht es um das wunderschöne spiel minecraft es war einmal ein paddy der sternkart nach magi und dann hat er alter geiler und unser plan heute ist hier unser jungs über haus hinzustellen würde ich sagen oder die türmann das haben wir eh schon aber ich würde sagen sagst du hast mir also geknackt dass du was sagst malzeit älter wird eine aufnahme ey du bist echt ne ich bist so eine olle potzau ich weiß potzau alter du du bist so ein ich und paddy haben hier ein bisschen die terraformt bisschen ja ihr könnt ja mal so ein vergleich machen ich kann ja wenn ich es habe mache ich noch ein vergleich bild jetzt irgendwo als vergleich warte was vergleich irgendwas vergleich ja gut das ist nur mal kurz zu kommen das info da war da war so ein kleiner berg da drüben wir auch mal einen berg und da ist alles frei ey 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 ruhig bleiben brauner ich glaube paddy nimmt der auch wieder auf nein tu ich nicht ok tu der nicht drissi nimmt nicht auf genau ich hab da nur so eine rote zahl neben ein bilder neben ein bild zu stehen das macht mich irritiert und ja meine stand übelst runtergegangen meine zahl aber jetzt ist die frage also machen wir kurz demokratische abstimmung wer ist dafür dass trissis haus baut ich nicht ich hab gewonnen also baut ist nicht ich ähm ich würde sagen wir bauen alle an dem haus oder würde ich aussagen ähm müssen wir mal kurz überlegen um weil eigentlich wollten wir ja keine so so ein stadtunterteilung machen aber wir haben es jetzt letztlich doch gemacht äh ich paddy und trissi sind in einem team oder in einer stadt ähm in einem abteil in einem abteil das würde ich sagen dass wir zusammen ein haus bauen und das wird dann hier hinten das youtuberhaus wir können ja so machen dass jeder ein stockwerk bekommt ohje und dass wir halt mal vorsichtshalber mal einen vierten stock nach oben drauf bauen als irgendjemand dazukommt oder bei jemandem das haus kaputt gemacht hat jonas ne also jonas wird ganz hier nicht bei uns sein und falls ihr euch fragt was das für ein was das für ein shader ist äh ist das seus shader oder wie der paddy immer so schön sagt zeus das heißt auch seus ne das heißt seus was soll es nein das heißt seus was soll es was ist denn das für eine hässliche was ist das für eine hässliche sonne die ich runde und hatte noch so dreiecke jetzt ist die ganze normale minecraft sonne was ist denn das für ein fachschilder nicht in dieser runde des sonnenstrahlen bildlichen stuhl das heißt wo es ist er so kloppteck und ich habe den Prozent der du hast aber 10.1 als den neuen Nö nicht, aber ich hab glaub vergessen Wolken anzumachen Clouds off Clouds Fancy ich wäre dafür dass sie auch ähm gefärbtes Glaston benutzen irgendwie weil irgendwie ja ich hab mich voll Bock drauf ja aber wenn dann rot ist oh ne Lass blau nehmen ja aber das muss aber blau ist doch mit Lapis Lazuli färben glaub ich ja ja glaub ich schon, warte ich schau mal schon nach ähh und dann würde ich mal kurz Obsidian bei der Trissi holen denn dann würde ich kurz ein Duplikator bauen wo ich ein schönes Video gefunden hab oh Gott, hast du wohl für 1.7 geguckt? ich hab's auch schon ausgetestet oh wo und die Netz? ja ich bräuchte bitte ähm 10 Obsidian oder wenn du alles hast einfach alles zwei, drei, vier ja sie sind vier nein, nein nicht verteilen nein, jetzt muss ich den hinterherlaufen hihihi 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 gut, dankeschön was davon husten war hihihi habt ihr nen Vorschlag wo wir denn das Portal hinbauen unten links in der Mitte hihihi wenn du schon doof fragst gott noch ne doofe Antwort dazu als wär das was neues neben dem zensierten Baum und Trissi mir möchte dann noch ein so ein so ein Haus außenrum bauen ja, den zensierten Baum was, was, was neben dem Baum wo hinter dir steht das ist dort das man dort Portal hinmachen boah mein Herz ey äh wer der wo dafür sagt bitte dafür dafür ich hab immer nicht zugehört was er wo war hihihi ich ich also hinter dir ist doch der zensierte Baum ja das wir da daneben einfach das Portal hinstellen und das du kannst dir so schön Häuser bauen dass du einfach wieder so ein kleines Haus außenrum baust ja, warum machst du dann das ob sie angenommen? ich weiß ich nicht oh Juli ich hörte dich gibst mich schön warte hier wir machen es ne hier ist es schlecht ey, ist dummisch ich sehe hier kaum was ah hier ist ein Loch hihihi du machst den Baum wieder frei ja das passt hier findest? ja klar ok gut dann baue ichs mal hier hin warte, hier bäumchen wooo warte so ich geh jetzt Paddy töten nein lass mal den Baum wieder ausgraben den zensiert Jonas wahrscheinlich eh ein nächstes mal wieder falls sie wieder Internet hat hihihi hihihi ja wenn die Folge rauskommt hat er bestimmt schon lang wieder Internet nein doch nein ich will dir kein halbes Jahr kein Internet haben hihihi was? was und bei denen nicht du? ok warte ich geh jetzt rein ich hoffe so dass du stirbst danke doch so dass es selber abschmiert wieso soll das selber abschmieren? keine Ahnung weil es selber scheiße ist keine Ahnung frag mich nicht ich bin nicht jesus wächst kein Gras aus der Tasche so jetzt muss ich kurz das Video oh ist hier dunkel warte ich lass doch lieber mal ein Feuer an hihihi boah ey wollen die mich verarschen wer denn? ja keine Ahnung jetzt läutet's aber deine Mutter staubsaugt nicht schon wieder oder? ja ne ist geil warte mal ach Paddy das weißt du ja gar nicht gell? von letztem mal das war so geil Trissys Mutter fängt mit und dreht einfach mal zu Staubsaugen an und dann stürzt die ganze Zeit das Internet ab und was weiß ich alles ich hab ein Problem was denn? ich muss jetzt weg du musst jetzt weg? ja ich hab in 6 Minuten rudert und muss 15 Minuten nach hinfahren oh äh ok dann machen wir mal eine kurze Pause und sehen uns gleich wieder tschüss tschüss tschau so liebe Freunde damit willkommen zurück Trissys hör auf mich einzubauen was machst du du brauchst dich selber ein geh weg so diesmal ist aber geh weg hör auf mich mit dem Schwer zu schlagen geh weg so jetzt ist Trissys leider nicht mehr dabei denn sie muss ja weg Alter scheiße ist sie dunkel die die am besten du laufst schon mit einer oh Gott der ist immer noch eingebuddelt ja ich komme am besten du laufst schon mit einer Fackel ich mit einer Fackel ja weil ich sehe gar nichts warum ist auf einmal Lava gekommen weil von oben Lava ist das war da wo ich vorhin gesagt hab warum sagst du mir das nicht warum bist du hahahaha oh Gott oh Gott ich sterbe ich sterbe ich sterbe Alter, wo ich bei der letzten Hexit-Aufnahme im Nähter war, Alter, habe ich mich erschrocken. War da plötzlich so eine, was weiß ich, 10 Tonnen schwere Spinne vor mir. Ohne Spaß habe ich mich erschrocken. Und dann habe ich sie besiegen und habe gedacht, ach du Scheiße. Und dann kommt da ja noch, was weiß ich, wie viele Kleine raus. Folge, was weiß ich, glaube 110 oder so. Oh Scheiße, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Nee, warte, das kommt eh später hier. Egal, Spoiler, 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 Spoiler.